Jetzt beginnt die UEFA Champions League. Endlich ist es soweit. Orkanartiger Beifall von den Rängen, während die Spiele einlaufen. Jetzt wird die UEFA Champions League-Hymne gespielt. Montoya macht mächtig Alarm auf der rechten Seite. Mal sehen, was der so vorhat. Unglaublich, dass daraus nichts geworden ist. Richtig Schwein gehabt. Etwa ein Drittel des Spiels ist vorüber. Raus auf den Flügel. Guter Spielzug auf der linken Bahn. Da könnte sich was entwickeln. Jetzt kann er die Flanke bringen. Der Ball kommt durch. Es sieht gut aus. Der Ball bleibt vom Pfosten ab. Er trifft! Jetzt gibt es einen richtig schönen Streifen hier. Starker Pass und... Da kriegt er den Ball. Was für ein Weltklasse-Treffer! Also bestenfalls gibt es dafür ein Fleißgärtchen. Der Ball ist links draußen. Bin mal gespannt. Freunde, das ist ja gemeingefährlich. Also mehr als ein Strohfeuerchen ist das noch nicht. Und rüber auf den Flügel. Den hat er. Durch die Abwehr. Da ist die Chance. Listig gemacht. Daniel Alves. Er rutscht voll rein. Rejci. Und der kommt durch. Und jetzt aber. Er versucht. Und sie setzen noch eins drauf. Vier Minuten zusätzlich bis zum Schlusspfiff. Weit von hinten nach vorn geschlagen. Und das war's. Der Schiedsrichter pfeift ab. Und der Schiedsrichter pfeift ab. Einer rausgeschlagen.